Ich sehe hier den riesigen Supermarkt, zwei Brüder. Davon sprechen ja immer alle hier, dass das in Holland so beliebt ist. Ja und alleine hier, das ist schon riesig. Da kommst ihr ja vor wie im Walmart in den USA. Alleine hier die riesige Auswahl an Kaffee. Und wir gucken jetzt gleich nochmal. Was ist das? Oh, so ein riesen Ding. Doppelte für 6,99. Das ist krass. Mal gucken hier ein bisschen. Kaffeemarken recht günstig, wenn man hier guckt. Milita 2,49. Und das sind halt jetzt hier auch nicht unbedingt Angebotspreise. Es scheinen so jetzt ganz normal hier die Kaffeepreise zu sein, weil hier überall sowas dran steht. Auch hier Jakobs 2,69. Also das ist bei uns deutlich teurer. Eine riesige Auswahl an Fanta. Das sind Sorten, die haben wir so gar nicht. Grapefruit, das haben wir hier noch. Pfirsich. Da hinten ist irgendwie sowas blaues. Keine Ahnung, was das jetzt wieder ist. Berry. Also irgendwas mit Beere. Mango. Das ist echt krass. Ja gut, wir kennen das, wie man das hier auch schon sieht. Auch aus Amerika. Von daher, ja, also das ist schon krass, wenn man sich das anguckt. Und vor allen Dingen, was auch ganz cool ist, dass das hier alles so weitläufig ist. Und jetzt haben wir hier was... Ach hier, guck mal. Ihr kennt doch diese komischen Leute, die ist da von Chupa Chups. Ja, und das gibt es hier irgendwie als Getränk. Und dann ist hier dieses Chupa Chups. Gibt es auch in verschiedenen Sorten. Diese riesigen Tüten Pommesbären hier. Vielleicht das mal an. Ach, das sind so kleine. Ja, da sind so kleine Päckchen scheinbar drin, so kleine Tüten. Das ist ja auch witzig. Krass. Und hier noch. So, und auch hier wieder amerikanische Süßigkeiten. Wir haben ja gerade schon mal in einem Candyshop vorhin. Da gab es das auch alles. So schauen. Ja, preismäßig ist das hier etwas günstiger. Wir haben vorhin in so einem Candyshop das gekauft, da waren die über zwei Euro, diese klein. Und da... Also in New York haben wir da knapp einen Dollar bezahlt für so eine Größe in diesem... Und dann haben wir hier noch irgendwie... Ja, Snickers Peanut. Ah, hier diese. Diese sind besonders lecker. Die haben wir das erste Mal in New York gegessen. White Chocolate Peanut. Ja, Snickers gibt es hier auch in ganz vielen verschiedenen Sorten. Das ist echt krass. Und hier diese Wheezes. Also ich muss sagen, ich mochte das überhaupt nicht. Ich habe das in Miami gegessen und habe die Hälfte davon stehen lassen. Also jetzt nicht den Aufstrich, sondern wirklich diese Riegel. Und die fand ich wirklich extrem bäh. Also nur süß und klebrig halt. Das war jetzt nicht so meins. Aber M&Ms die ganzen Sorten. Also da hatte ich noch keine, die mir nicht geschmeckt hat. Außer es gibt so eine mit Chili. Die fand ich zu scharf. Aber sonst hat mir das alles geschmeckt. Sehr cool. In den Niederlanden. Und hier gibt es ganz viel Vernünftiges. Es gibt auch ganz viel, was wir jetzt lieber nicht zeigen. Ihr seht es hier am Rande. Aber hier gibt es auch echt cool. Ui. So, der Champions League Abend ist ja dann noch demnächst. Also hier gäbe es riesige Knabber-Maisbälle. Gut, ob ich die jetzt total finden würde, weiß ich nicht. Aber es ist jedenfalls sehr, sehr cool. Und hier eine ganze Wand voll mit Aloe Vera Säpfen. Wasser wie auch immer. In verschiedenen Sorten. Lemon. Natural. Dann hat man was noch mit Mango. Pfirsich. Also hier geht es dann wirklich so ein bisschen in die Wellness. In den Wellnessbereich hätte ich fast gesagt. Und hier gibt es jetzt was. Das haben wir schon gesehen bei dem Video. Wir folgen Sissi, der Auswanderin auf YouTube. Die ist, wohnt jetzt also in den USA. Und die hat davon mal berichtet, dass der, dieser süssige Käse quasi, dass der da so in ist in Amerika. Und dass die den da so alle so viel essen. Ich habe den hier noch nirgends gesehen. Aber jetzt hier in Holland, in diesem Supermarkt, da steht er tatsächlich. Ich glaube aber nicht, dass ich ihn ausprobiere. Ich glaube nicht. Ja und hier ist auch alles so XXL. Es erinnert wirklich an Amerika. Maggi. Ich nutze das ja nicht mehr. Aber es ist eine riesen Flasche. Das ist schon echt der Hammer. Ja und hier. Hier haben wir auch noch irgendwie was. Das schaut ganz lecker aus. Das ist wohl irgendwie sogar Fairtrade gehandelt. Und das ist so ein Aufstrich. Ich glaube, den nehmen wir mal mit. Ich habe ja immer samstags meistens so meinen Tag, wo ich keine Kalorien zähle. Im Moment nehme ich noch dieses, das haben die hier auch stehen, von Milka. Das gibt es aber ja bei uns in Deutschland auch. Allerdings sind die Gläser etwas kleiner. Das schmeckt super gut und mir viel besser als Nutella. Aber ich glaube für dann, wenn das leer ist, nehme ich den einfach mal mit und probiere den. Wer auch immer das wieder ist. Aber ich glaube, das ist dieses, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Petworm oder so ähnlich. Ja, also wir nehmen den jetzt mal einfach mit. Das kostet übrigens 2,59 Gramm für 300 Gramm. Ich denke, das ist ganz okay. Alles hier nochmal für die Süßen. Äh, ja. Aber nur wenn du den... Ja, okay. Da hat man lange was dran zu. Auch hier, wer gerne ein Horn essen möchte. Also gibt es schon witzige Sachen hier, muss ich ja sagen. Och, und da wären wir, wenn man was verschenken möchte. Wie gesagt, was man an jemanden, den man nicht so mag, dann gibt es hier sogar einen Scheißhaufen. Ja. Das ist auch schon. Das ist schon mal gewesen. Allein. Osträger. Als ich mich noch an. Oder das ist schon mal. Und dann, wenn ich nicht mehr als chipt bin. Das ist schon mal gewesen. Was ich wirklich? Ich glaube, das wäre die! Ich wäre damit auch für mich toll. Ich würde mich sehr freuen. Ich würde mir in den Vorten gemacht. Ich würde mich sehr wollen. Dass du dich mit einer anderen Seite ausführen. Noch mal ein kleines Fazit jetzt zu diesem Zwei-Brüder-Supermarkt. Also hier stand es kürzlich auch noch in den Medien und so weiter, dass da jetzt viele Deutsche hinfahren. Auch in Penlo ist ja wohl noch ein ganz großer... Also wie ihr sehen könntet, es gibt eine ganze Menge Sachen, sage ich jetzt mal so, spezielle Sachen, die es vielleicht auch hier nicht unbedingt gibt. Allein schon auch dann teilweise so diese American-Reihen, die es da so in den Regalen gibt. Das Ganze war total großzügig aufgebaut, also nicht so eng die Gänge, wie man hier so kennt oder so, sondern es war wirklich sehr weitläufig alles. Ja, alles in riesigen Packungen. Ich sage es mal so, um bestimmte Sachen zu holen, vielleicht auch für eine Fete, auch wenn die ja im Moment alle nur in abgespeckter Form sind. Also wenn man mit zehn Leuten zusammensitzen möchte und ein bisschen was knabbern und so, kann man da wirklich solche Großpacks wie diese Pommenbären oder sowas holen. Ist das bestimmt ganz cool und es gibt da auch sehr witzige Dinge, wie dieser Riesen-Lolli und was ihr da so gesehen habt. Aber dass ich da jetzt irgendwie einkaufen müsste, also ich habe zum Beispiel nirgendwo wirklich so normale Dinge gefunden, die man so für den Alltag braucht. Sei es jetzt Mehl, Nudeln oder sowas, also ich, entweder haben wir es wirklich übersehen, was ich mir nicht vorstellen kann, weil eigentlich sind wir überall mal langgelatscht. Oder es gibt das dort halt wirklich so nicht. Ich muss sagen, dass ich mich vorher nicht so groß damit befasst habe, was haben die da. Und wir haben auch eher spontan gesehen, dass die dort in Entschede einen haben, weil wir da halt zum Bummeln da waren. Und dann habe ich den gesehen und gesagt, oh, da können wir dann gleich mal gucken gehen, ja. Also ganz lustig ist es, aber als Supermarkt in dem Sinne, also kann man sich den jetzt nicht vorstellen, wie man das hier kennt und dann vielleicht alles etwas größer. Nein, aber so diese speziellen Sachen findet man da zuhauf und ich finde es einfach ganz lustig, da mal durchzugehen, weil es eben auch mal andere Sachen gibt, die man nicht an jeder Ecke hier findet. Also wenn ihr mal irgendwo seid und da ist so ein Supermarkt von zwei Brüdern oder so ein Markt, geht mal rein, geht mal durch, stöbert das Ganze mal, ja, kauft vielleicht auch ein bisschen was für die nächste Party. Wenn ihr jetzt extra dafür relativ weit hinfahren müsstet und da wäre jetzt so nichts anderes, würde ich persönlich jetzt sagen, lohnt sich's nicht. Aber es muss auch jeder selber entscheiden, kommt natürlich auch darauf an, was erwartet man und was möchte man. Einen kleinen Einblick hattet ihr ja hier schon, ja, und ansonsten ist das einfach mal eine ganz coole Sache, die man mal so mitnehmen kann. In diesem Sinne sehen wir uns in einem weiteren Video demnächst. Vielleicht, wenn alles so läuft, wie es soll, dann werden wir Freitag in Hamburg sein und uns das allererste Auslaufen eines Kreuzfahrtschiffs mit Passagieren hier, jetzt also so ein Hochseekreuzfahrtschiff anschauen, nämlich TUI, mein Schiff, startet dann ja so die Kurzreisen und wir überlegen momentan, je nachdem wie das passt, auch arbeitstechnisch, wann mein Mann nach Hause kommt, ob wir da hinfahren und dann würde ich da natürlich auch noch ein bisschen was drehen. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss!